Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Ich schlafe heute Nacht im Hotel, morgen habe ich noch einen Termin. Dann komme ich nach Hause. Mit dem Zug, genau. Ja, es war nur zwei Wochen, kaum zu glauben. Ja, der Urlaub war großartig. Ja, natürlich war ich schwimmen. Das Meer war fantastisch. Ich vermisse den Strand jetzt schon. Ich habe viele Fotos gemacht. Von den Bergen, vom Strand. Was? Ja, natürlich habe ich auch Fotos vom Hotel gemacht. Wieso willst du das wissen? Hotels sind alle gleich. Ach, keine Sorge. Ich habe mich großartig entspannt. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020